Musik 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 Nummer 5, Nummer 5, Pavlovich mit der 94 und Trainer ist Eiko Kim. Dann schauen wir noch kurz auf die Unparteiischen, die diese Partie heute leiten werden. Das sind Thomas Köln und Thorsten Kuschel. Nach dem Erfolg in Metzler heißt es heute gemeinsam nachzulegen, der Dramatik am vergangenen Donnerstag hier im DRB-Pokal. Wir wollen heute zwei Punkte zu Hause haben. Seid ihr mit dabei? Dann stehen alle auf in der Sharina. Hoch, aus, jetzt sind es zu Ende. Und dann machen wir die Hände. Unser Sharina, Jürgen Schäufer. Unser Co-Trainer, Karsten Schäufer. Schick die Folge und das Ziel. Heute in den Partei. Einige Einzelner für den Mann mit der Nummer 1. Und das ist Jogi. Unser Hände, Nummer 3, Mars. Mit der Nummer 4, Elfer. B descriptions werden heute in der Nummer 3. Sankt Pia. Die Nummer 3, contrastate Crescene. Apfel, die Jürgen Schäufer. Nu flog. Das ist jetzt sehr schön. Ich kenne die Knark. Diese Clomper, die Matke, oder? Und der Nummer 13, Bruno Merck. Und der Nummer 17, Samuels. I-22, Nick. Und der Nummer 25, Patrick. Und der Nummer 19, Sascha. I-24, Otto. Mit der Nummer 77, Dolly. Und der Nummer 96, Tim. Und wir wollten gerne alle stehen für unsere Jungs. Schöner, alle Ränder, komm mal. Oh, wow, wow, wow. Also, in der Nummer 25, bis weg zu. Und das ist eine große Herausforderung. Und das ist eine große Herausforderung. Das war's. 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 Das war's.